So Leute, jetzt geht's ab in den Urlaub! Was sagen wir zum Busfahrer? Du bist ein Hurenzum! Die Melonen möchte vielleicht noch jemand essen, Leute. Ist du die mit der Schale, du Schwachkopf? Schwachkopf! Schwachkopf! Oh, was hast du denn da gemacht, Lüdu? Ein Männchen! Ist das der Kopf? Das ist der Kopf! Und das? Was ist das? Seine Eier! Du bist nicht behindert. Doch, doch, und ob ich das bin? Ich glaub nicht, kein Wort. Okay, ich bin nicht behindert, hast recht. Kein Wort zu niemandem. Ton petit cœur, ma chérie, die große duisse. Hoppa! Es war voll in die Fresse! Es ist gut, sie ist es gewöhnt. Na komm!